UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG In 1944, more than 160,000 Allied soldiers stormed Europe. Two thousand of them never made it home. Over 300,000 Allied troops liberated Paris from the Nazi occupation. Es ist eine Worte, die Welt freiwillig werden. In total, es gab fast eine halbe Million Amerikaner in World War II. Und über 300,000 Briten und Frauen verloren haben ihre Leben. Und während der Schöpfung war großartig, andere war sogar größer. Die Schöpfung! Holding back the Nazi invaders, Russia lost nearly 11 Millionen troops and more than 15 Millionen innocent civilians. But the real casualty is in forgetting their sacrifice. This is their front. Their courage. Their story. Your war. Die Schöpfung! Die Schöpfung! Vielen Dank.